Musik Hallo liebe Leutle, es ist eisig, aber ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Mit dem Laufen geht es bei mir ja zur Zeit nicht so gut. Deswegen mache ich auch mehr Fotos. Aber wenn ihr trotzdem mitkommen wollt, dann dürfte ich das gerne. Musik 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 Und nochmal die drei Sam in die andere Richtung. Musik 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 Schaut mal, die ganze Seite. Die Seite von dem Haus ist mit Verlager bestückt. Ob das reicht für den Strom fürs Haus, das sollte man überall machen. Die Seite von dem Haus ist mit Verlager bestückt. Die Seite von dem Haus ist mit Verlager bestückt. Hier sieht man durch die Bäume schon wieder Landwasser. Aber ich bin wirklich ringsum gefahren und da kommt doch dann einiges zusammen. Meine lieben Freunde, ich danke euch, dass ihr bis hierher mitgekommen seid. Wenn man so im großen Bogen um den westlichen Stadtteil herumfährt, dann ist das weiter als man denkt. Vor allem, wenn es so kalt ist. Aber wie ihr seht, ich habe mich ja gut eingepackt. Auf jeden Fall war es schön und ich habe die Sonne so genossen. Im Winter fühlt man sich ja manchmal wie ein Maulwurf. Also bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.